Jetzt ist es spät. Sag es nochmal, du hättest auch Käse nehmen sollen. Ich schummel jetzt nochmal Käse. Ich schummel nochmal Käse. Kannst du mir im Nachhinein noch Käse drauf machen? Wie hieß das hier? Snoots? Snooties? Also wir sitzen jetzt hier in Halberstedt im... Ah, Snootitz. Im Snootitz. Ist ja lecker. Ich habe schöne Nudeln überbacken mit... Wie hieß das? Schulsoße. Und Dennis, was hast du? Mit Schulsoße? Mit Schulsoße. Was heißt Schulsoße? Was gerade Schulsoße? Schulsoße. Also ich habe mit Schulsoße. Was hast du? Ich habe... Ich habe Gorkenzola mit Käse überpacken. Gorkensoße. Moment. Soll ich mir denke, was hast du? Gorkenzola, aber heiß. Heiß, okay. Und der Sebastian erwartet noch, weil der wollte kein Käse. Und nun sind die Nudeln zu trocken. Und jetzt? Ich will doch Käse. Ich mache sie mir nachträglich noch. Ein für ein Euro. Ah. Cool. Okay, bis später. Das kriegen wir immer noch...